Sehr schön. Tch. Okay. I got a feeling someone needs a big sloppy kiss. I see you're charming as ever. I've decided to let you come back to me. Now that wasn't very pleasant. Have you been forwarding all my mail? Uh-huh. I'll win you back if it's the last thing I do. Nice try, but I think you're too late. What I can really use now is a grade-A footrub. Oh, that way is it? Still not afraid to use a lot of perfume, I see. Maybe you'd better leave. Why don't you just give me that map like a good girl? I'm warning you, you're getting on my nerves. I came all this way to see you. At least get me a beer. Okay, you're really pushing it now, buddy. LeChuck's alive and I need your help to fight him. Yeah, right. I should warn you, I canceled the boat insurance. You know, I have work to do. I have literally broken your arms, you're a little sweet. And filled. You're a real scorcher outside, huh? Yeah, yeah, yeah. How's your sister? The really good looking one? That's it! I've had enough. Get your mangy hide out of my house. Aww. Maybe I wasn't clearing up the last time. Don't you like my new beard? Give me a break. That's some party downstairs. Huh, spare me. You're the governor of my heart, baby. Go tell it to your mother. So, who's the father? Okay, that's enough. Get out of here. Well, you really can't take a hint. I jump out of that window to prove my love. Decided to act civilized for a change, eh? If I can't be with you, I don't want to live. Ha, pathetic. If you won't take me back, just kill me now. Do you really expect me to fall for that? Can't you see how my heart has suffered? Oh, please. Have pity on my poor broken soul. Well, that's not the most stupid thing you've ever said. I'm not sure, but don't you owe me some money. There goes any hope for a pleasant conversation? Ahem. Elaine, take me back. I can't live without you. Oh, so now you're a good guy. May lightning strike me if I bear false intentions. That's a little better. Hmm? 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 Ah. Chemblitz. I realize now what a fool I've been. Oh, Guybrush. I know I shouldn't have anything to do with you. But there's something about your weakness and ineptitude that I find infectious. Does that mean you're gonna let me have the map? The map. Is that what this is all about? I should have known better. No, no. I don't want to. You'd better go out and get it. Ah, yeah. That's what we really should do. You've got to give them a recipe for that fish. Hey. Na toll. Lass mich raten. Lass mich auf den Baum raus. Well shoot. Ich gerade gehöte jetzt der Schluchz. Sehr schön. Sehr hübsch. Die Klippe. Wie kommen wir da jetzt lang? Also wir haben Seil theoretisch, also Faden haben wir. Oh je. Boi. Es ist ein langer Weg da unten. Also wir haben einen Faden. Ich habe es nicht. Wir haben den Faden vielleicht mit der Flasche oder so kombinieren und dann... Wir haben nur einen Teil davon. Ich denke, ich bin zu knackig, dass ich den Klippe und die Klippe zusammengehalten habe. Das scheint nicht funktioniert. Das scheint nicht funktioniert. Das scheint nicht funktioniert. Hm. Okay. Wie kommen wir da jetzt ran? Und was passiert jetzt hier? Dann ist das Spiel aufgehangen. Dann ist das Spiel aufgehangen. Dann nutzen wir das mal für eine kleine Pause. Und was passiert jetzt. Nichts passiert. Ich hab das Bicke fest. Eine Ewigkeit später. Da sind wir also. Ah, ok, klar. Da war der letzte Autosave. Warum ist das Spiel abgestürzt? Was ist das? Das ist doch noch Monster auf dem Weg. Irgendwelche Ideen. Irgendwann da jetzt runterkommen, um das zu verpacken. Soll ich irgendwas am Steinen festlegen? Soll ich es festlegen? Das scheint nicht funktioniert. 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 Ich denke, ich bin sehr gut zu halten und ziehen die Knoten. Das scheint nicht funktioniert. 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 Ich kombiniere alles mit anderen. Das scheint nicht funktioniert. Das scheint nicht funktioniert. Ich habe nicht viel Verwendung dafür. Das scheint nicht funktioniert. Das scheint nicht funktioniert. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Was ein großer Organ. Ich weiß nicht, wie zu spielen. Sehr schön. Wir drehen zwar nichts, aber schönes Gimmick. Da hört man es auch mal. Sehr schön. Ich habe absolut keinen Plan. Wie kommen wir jetzt an die Karte? Ich will nur ein paar ein bisschen. Ich will nur ein paar ein paar ein bisschen. Okay, damit können wir nichts machen. Nach diesem Rätsel, warum wir dringend... Oh, das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Aha, also ich kann was abrichten, also irgendwas... Das scheint nicht zu funktionieren. Hm. Ich glaube nicht, ich sollte das. 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 Ich glaube nicht, Largo ist aus Voodoo-Range jetzt. Hm. Tja. Also... Also... Lernstück ist pulled. Auf der�� ANDER. Det Azul ist, Johann. Das ist also eineielle também. Ja... Das ist meme eines Fußes. Oder? Jetzt kommt mal an die verdammte Karte ran. Wir sind so nah und doch so fern. Ok, wenn wir hier nicht weiter kommen, machen wir dort nochmal weiter. Machen wir woanders. Warte kommen irgendwann später an die Karte ran. Vielleicht kommen wir dort irgendwann mal ran. Mit dem Boot oder so. Ich versuch's nochmal bei ihr. Einmal nochmal hoch rein. Oh. Ich glaube ich habe sie wirklich erschrocken. Ich bin warm genug als die, die ich dran habe. Ich bin warm genug. Ich bin warm genug. Vielleicht wird sie das alte Ding nicht missen. Ok. Die letzte Mal, als ich etwas von Herrn Gouverneur Marley verbringte, habe ich fast als Fisch-Food. Ich will nichts zu brechen. Elaine würde mich töten. Okay, wir haben einen Bruder geklaut. Na dann. Wo hast du das Kostüm bekommen? Ja. Wie ist das Kostüm? Ha! Schuhe so schnell wie du willst! Hilbert hat die Nachbarn 40. einerseits des haus war nur noch gar nicht fisch sind großen fisch Sekunde vielleicht können wir ihn hier rauslocken in dem war hey was ist all das Racket? nicht blöden nichts hier wer glaubst du bist? hey komm zurück hier, ich bin noch nicht fertig folgt er uns? oh ja er folgt uns ehm so auswähm und hier rein ach scheiße ich dachte er wäre jetzt weg bestimmt noch mal das hat ja nicht zurückgeklappt das hat das hat das hat das hat du wieder? ich habe nicht Zeit für das geh weg boi okay du würdest mich bitt es hm okay so wird es nie was du wieder du wieder ich werde das meat cleaver in ein second this neighborhood has really gone down hill get a job why don't you join a parade if you like blowing horns so much fish we haben einen großen fish was kommen wir damit den angler überzeugen hier hier und mit der angel und mit der angel können wir uns dann ein bestimmtes kartenteil suchen das kartenteil abholen sehr gut das klingt doch nach einem plan so aber erstmal hier wir haben doch jetzt das ruder damit kommen wir doch bestimmt eine stufe weit hoch auf dem baum und hier die planke das holzstück geht scheinbar nicht das haben wir schon mal versucht das scheint nicht zu funktionieren es sieht aus wie ein planke in eine hole in einem buch vitzend im im wir kommen wir das was da wir Ja, wir sind. Also, was ihr zwei wollen? Wir haben ein paar Informationen für dich, Sonnen. Wir haben wirklich ein paar Informationen. Was ist das? Wir werden es dir geben in der Form von einer Song. Oh, okay. Ah ja. Ah ja, jetzt bin ich da sehend. Wow, das ist gut. Okay. Großartig. Was bin ich sehend. Das ist gut. Yikes. Was ist das? Was ist falsch? Warum hat man mich wieder verlassen? Boo! Luchak! Aber ich habe dich getötet. Du hast mich nicht getötet, du kleine Scheiße. Ich war bereits ein Geist, als du mich kennst. Du hast einfach meine spirituelle Essence. Ein Favorit, den ich jetzt zurückkriege. Oha. Heute gibt's auch eine Man, Reinheit eins anspielung. Das ist bornes Ruder. Na toll. Vomite Brut hat man noch leise gehört. gegen den Roter ab! Sehr schön. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Kopfknochen ist zu bunt mit dem Armknochen. Fertig noch mal, wir müssen den Arm da überzeugen. Der Armknochen ist zu bunt mit dem ... äh ... mit dem Brustknochen. Frisst das? Das ist die größte ... ähm ... äh ... äh ... äh ... äh ... Es ist ... das ist die größte wie das Leviathan-Girl. Ich habe gerade in den Kopf geholt. Wirklich? Wo ist dieser Leviathan? Ich glaube, du lacht. Ja, du bist richtig. Es war nur eine Fisch-Story. Ich glaube, du wirst. Hier, zieh den Polen. Ich glaube, das würde sehr sportlich sein. Das scheint nicht zu funktionieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.